Heute sind wir mal ganz schick unterwegs. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Code BOOB eingesetzt, um die schöne BOOB des Snoot Maske auf Mac zu haben. Und es wird bestimmt ein grandioses Video. Oh, die Bluthütte. Und die Maske sieht so geil aus. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, es wäre ein Pick oder so. Nee, es ist nur ein Lost Ride. Kollege, was machst du da? Alles klar. So geht man halt zum Jen scheinbar. Ah, toller Start. Oh, es ist ein Ghostface. Aber wo ist er? Können wir helfen mit der Flashlight? Wo? Wo? Ich sehe nichts Rotes. Ach, da vorne. Nee, sind wir zu spät. Mist. Gehen wir halt wieder an, Jen. Kollege. Really? Wir hatten den geschafft zu zweit. Oh mein Gott. Der mimt doch. Versteckt er sich jetzt dahinter dem Auto? Yes, sir. Ja, moin. Hallo. Ach Gott. Komm, gehen wir wieder an, Jen. Ich glaube, der kommt zu uns. Ich bin überhaupt nicht warm gespielt. Das ist echt blöd. Das ist meine erste Runde für heute. Ja, lieber droppen drüber. Oh, oh, wieder wieder? Oh. Oh, ein Schwung. Jetzt geht es mir besser. Hat er Licht geboren da? Hat er nicht. Sehr gut. Oh. Ist er weg von hier? Oder ist er an seiner Fähigkeit? Du Creepy Boy, du. Er ist noch mal mehr dran, oder? Oh Gott. Ja. Nein. Gotcha, bitch. Ich bin da noch gar nicht eingespielt, Ghostface. Ich will das nicht. Okay. Wir loopen schon für einen Jen, sozusagen. Komm. In die Blendung. Ganz ehrlich. Das spielen wir halt direkt wieder mit dem Killer. Das war überhaupt nicht das Ziel, aber ich habe nichts dagegen. Umso mehr Spaß habt ihr beim Gucken. Gehen wir drüber. Boop. Ach, schön. Ja, komm. Gib ihm noch. Oh, ja. Als ob er mir zuhören würde. Oh, Double Back. Jetzt geht er durch. Okay. Aber ich will mich nicht verstecken. Da. Komm. Da bin ich. Ich will einfach so einen schönen Stun reinklatschen. Boop. Oh, der hat gesessen. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit, Mr. Ghostface. Mein Hals tut zwar immer noch weh, aber ich habe gerade so Bock. Ich kann wieder normal sprechen. Äh, nee. Da bin ich nicht mehr. Sag bloß, er hat mich verloren. Ey, du da. Warte, warte. Uh. Der ist ja direkt wieder aufgedeckt. Das ist schon bitter. Das hasse ich selbst, wenn ich als Ghostface spiele. Aber ich glaube, er ist mehr auf der Fährte. Ja. Oder? Jetzt. Jetzt hat er mich gerochen. Oho. Können wir wieder warten? Easy going. Der Rückwärtsgang sieht immer so lustig aus. Okay, jetzt geht's da lang. Da wollte ich einfach von der Seite. Kollege, was machst du denn? So wird das nix. Entscheide dich auf ne Seite. Why are you running? Hä, wo ist denn der hin? Oha. Ja, so geht's schon mal besser, oder? Sieht er uns? Nein. Und er ist wieder in seinem Modus. Ne. Kannst du vergessen. Ich hol dich direkt wieder raus. Get out of it. Ey, ganz ehrlich. Wir lupen ihn jetzt schon für zwei Gems. Let's go. Die droppe ich lieber early. Ja. Der bewegt sich zu. Gucken. Nein. Komm zurück. Huch. Dann wieder into the light. Oh, au. Oh, das ist so schlimm, wenn ich warm gespielt bin. Bis so ein Controller dann versuchen, jemanden zu blenden. Ich droppe heute lieber early, weil ich noch nicht so gut bin gerade. Oha. Viele Doublebacks. Gehen wir einfach weg. Müssen wir da vorne noch ne Palette haben? Yes, sir. Das ist halt die Karte. Da gibt's unendlich viele Paletten. Da kannst du gerne mal paar werfen. Oha. Oh, Intention. Intention. Ghostface. Oh ja, das ist Intention. Jetzt wieder nervös. Noch ein Gen. Schub wir vier Gents. Komm, den fünften will ich auch noch schaffen. Mit der schönen Boop-de-Snoot-Maske. Die muss ich droppen. Oha. Ey, jetzt wird's gefährlich, wenn er... Oh, gut, komm. Blenden. Boop. Und dann bleibt er erstmal stehen. Ich glaube, er hat mich wieder gesehen, oder? Yep. Das Gute ist, wenn die den letzten Gen schaffen, haben wir Hope und Adrenalin. Zack. Okay, da... Slowboard. Nee, ich steh nicht in jeder Palette. Doch, nicht in der Kinder-Schick-Palette. Kollege. Ich glaube, der hat echt schlechtes Game gerade. Das macht ihm keinen Spaß. Ne Mac für fünf Gents jagen. Äh, vier aktuell. Oh. Der war schön. Komm. Ja, jetzt wollte der. Oh mein Gott. Oh, da ist es. Da ist es. I'm fast as fuck, boy. I don't think you have any idea, how fast I really am. Raus ist er. Hast du noch Bock? Ich glaube, der hat immer noch Bock. Ich hätte da keinen Bock mehr, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich wäre disconnected. Ich hätte mich so nutzlos gefühlt, ich wäre disconnected. Oh, nee, ich bin ein Ticken zu schnell. Da musst du Warten schlagen. Jetzt lässt du von mir ab. Nachdem alle Gents fertig sind. Kollege. Ach, Mann. Ich habe halt Angst, ob er Nöt hat. Weil so ein guter Spieler ist er nicht. Kann das mal jemand testen? Dankeschön, Dwight. Er hat keinen Nöt. Komm. Dann drehen wir uns noch ein bisschen. Ja, der ist jetzt nervös. Nee. Kannst du knicken. Nix mit stalken. Da geht's ins Licht rein. Warte. Warte. Drehen. Oh mein Gott. Kollege. Ah, komm. Einmal darfst du mich hitten. Jetzt. Ja. Dann drehen. 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 Und raus. Ab in die nächste Runde. Wo bringt er dich hin? Warum muss es ein Nemesis sein? Äh, hier vor mir. Gut. Du siehst mich nicht. Oh doch. Er hat mich gesehen. Rechtsrum? Weil wer ich gewollt hätte, hätte er mich direkt getroffen. Oh, Doubleback. Dann gehen wir einfach mal ins Kornfeld und hoffen, dass er uns verliert. Das hat er. Oder? Ja. Nee, ich bin nicht im Schrank. Komm. Blende. Oh mein Gott. Alles nur wegen dieser coolen Maske. Ich kann euch nur empfehlen. Gebt den Code. Gebt den Code BOOB ein. B-O-O-P. Und dann kriegt er diese coole Mac-Maske. Ich mach Gratis-Werbung für DVD. Oh, geh weg von mir. Ist er jetzt der Fang hinterhergegangen? Ach nee, er ist am Check dran. Check, geh doch weg von mir. Und da haben wir ihn wieder am Hintern. Oh. Oh. Uff, das war knapp. Droppen? Nein, warum bin ich so zögerlich? Klar peitscht er mich. Oh, drüber. Und dann ins Maisfeld. Nein, er hat gecheckt, dass ich die Kiste geöffnet habe und sucht mich jetzt. Komm, du guckst hier nicht nach. Ach man, ey. Nee, das triffst du doch nicht. Ich bin doch schon längst durch. Wieder drüber. Kollege, warum sollte ich hier weggehen? Das ist ein starker Loop. Warte. Jetzt. Rum. Das triffst du nicht. Das Fenster ist jetzt eh geblockt. Von daher ist es egal, in welche Richtung wir loopen. Ich will nur noch ein bisschen Zeit rausholen. Ich meine, zwei Gents sind schon gemacht. Nein, ein Zombie. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen weg. Wenn ein Zombie kommt, müssen wir weg. Ist er am hier dran? Oh, scheiße. Das ist immer schon wieder Folge. Schnatterde. Ach nee, hat er jetzt echt eine Palette da gerastet? Fen, geh doch weg, bitte. Fen, geh doch weg. Take a hit. Lass dich peitschen. Ja, klar. Ach, ich mag solche Mates, die nicht mitdenken. Die war ja nicht infiziert. Die hätte sich peitschen lassen können. Okay, verliert er mich? Nee, da ist er einfach noch. Oh Mann. Okay, schaffen wir das Thompson-Haus. Sieht gut aus. Ja, komm, das schaffen wir. Ich habe das noch nie geloopt, seitdem es neu ist. Aber es ist oben das Fenster noch. Bitte, sehr da. Ja, es ist da. Sehr gut. Und durch. Dann wieder hoch. Hat er geschwungen? Oh mein Gott. Ja, komm, machen wir das gleiche wieder? Nein, Controller. Controller. Nein. Ich bin tot. Vielleicht denkt er, ich habe Head-On. Nope. Denkt er nicht. Komm, befreie mich, Kollege. Auch wenn die alle hier loopen mit ihm. Dankeschön. Gelingene Zeit. Nice. Okay, okay, okay. Geht er mir nach? Nee, dann genießen wir uns. Nein. Jetzt sind gleich zwei im Keller. Wie soll ich das machen? Am besten kommt er hierher, wenn der Jen auf 99 ist. Und wir poppen ihn und rennen mit Adrenalin an ihm vorbei. That's the plan. Kommt er her? Der kommt einfach nicht her. Und Jake stirbt. Wir müssen rein. Das wäre so ein guter Plan gewesen, aber er kommt leider nicht. Bestimmt, weil die Fang hier irgendwo rumläuft. Okay, okay, okay. Nein, die ist schon unten. Ach, diese Fang macht mir das Leben so schwer. Okay, what should we do? What should we do? Ja, kommt raus. Kommt raus. Jake, das ist der Sackhase. Ah, er hat dich nicht gesehen. Sehr gut. Ich kann dich heilen, wenn du magst. Komm. Komm, komm, komm. Ich heil dich. Dann halt nicht. Oh, das ist die Fang. Soll ich dir wirklich helfen? Schaffe ich das? Nee. Oh, er hat mich gesehen. Ah, du weißt, ich bin ziemlich schnell, Kollege. Da müssen noch ein paar Runden laufen. Ja, das geht so nicht. Oh nein, ich bleib immer am Heuballen da hängen. Ich muss ein bisschen besser drauf achten. Schon wieder. Okay, jetzt achten wir drauf. Ja, geht doch. Oh, dann dreht er sich. Genau in dem Moment, wo ich drauf achte. Aber das Tor ist offen. Wir sind raus. Wie würde Phil sagen, wir sind raus, wir sind raus. GG. GG. Aber er ist an Jake dran. Nein. Okay, da müssen wir was tun. Da müssen wir was tun. Du darfst nicht in die Ecke kriechen, Jake. Bitte. Oh mein fucking Gott. Das schaffe ich nicht. Der ist fünf Meter groß. Nee. Die Fang ist eigentlich tot. Sollen wir helfen? Ja, komm. Heben wir es auf. Ja, komm. Ich bin kein Andi-Mate. Gehen wir raus. Beenden wir das Video mit einer guten Message. Hilft auch Mates, die ihr nicht mögt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Holt euch die Maske, die ist echt cool. Und bis zum nächsten Video. Ciao.